Heute besprechen wir 5 Wege, um an Allklausuren und Übungen zu kommen. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe ja immer wieder auch gesagt, wie wichtig es ist, dass du übst, dass du nicht nur die Sachen auswendig lernst und versuchst sie zu merken, sondern sie zu verstehen und dann auch anzuwenden. Und genau dafür ist es ja so wichtig, dass du einfach Übungsklausuren hast, dass du einfach weißt, okay, was haben die in den letzten Jahren gemacht, um da wirklich auch möglichst effizient Wege zu finden, um an sowas ranzukommen, gebe ich dir heute 5 Tipps mit oder 5 Wege, ganz, 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 ganz wichtig. Die ersten 4 werden relativ simpel, der letzte wird entscheidend, weil wir haben eine neue Sache für euch entwickelt. Seid gespannt. Erster Schritt, natürlich die Allklausuren von den anderen Leuten. Das bedeutet, wenn du irgendwie weißt, okay, die hatten die Lehrerin auch im letzten Jahr, die gerade eines drüber, vielleicht wenn du gerade der 11. bist und die in der 12. sind, dann sagt ihr, hey, habt ihr das irgendwie da. Und da ist ja nicht das Schwierige, auf diese Idee zu kommen, das Schwierige ist ja, glaube ich, für viele auch einfach zu fragen. Aber auch wenn eine Person auf dem Schulgang immer irgendwie unsympathisch wirkt und dich nicht anschaut, das muss gar nicht persönlich gemeint sein. Die sind meistens, wenn du, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent, wenn nicht 90 Prozent der Menschen, sind eigentlich, wenn du sie ihm Hilfe fragst, wesentlich netter, als du es dir denkst. Deswegen hab wirklich meinen Mut, geh da hin. Und nur, wenn die erste Person dich irgendwie dumm anredet oder so, du bist einfach bei mehreren. Dann frag doch locker 30, 40, 50, 60 Leute aus deiner oberen Stufe. Ist ja auch kein Thema dabei. Und das Ding ist auch, je mehr du da irgendwie eine Gewohnheit draus machst, desto einfacher wird es dir fallen und für die Leute wird es auch viel normaler. Vielleicht kannst du ja so auch eine viel bessere Verbindung irgendwie zwischen den beiden Stufen herstellen, so dass es einfach ganz normal ist, dass es die obere Stufe, der unteren Stufe die Sachen zur Verfügung gibt. Und das wäre auch eine richtig geile Sache. Zweitens, frag den Lehrer selbst. Das ist, glaube ich, eine Sache, die extrem unterschätzt ist. Man denkt immer, uh, der Lehrer will nicht, dass man die E-Klausuren hat und dann versuche ich irgendwie da noch, keine Ahnung, an die anderen Schüler ranzukommen, irgendwie so ein bisschen das System zu hacken. Manchmal ist es, es ist klar, Lehrer, die schreiben die ganze Zeit, manche Lehrer schreiben die ganze Zeit gleiche, die werden sie dir wahrscheinlich nicht geben. Aber es gibt andere Lehrer, gerade die, die sowieso sehr engagiert sind, mit denen du vielleicht auch ein super Verhältnis haben kannst, dass du da dann einfach fragst, hey, haben Sie vielleicht eine Klausur, die ich das letzte Mal geschrieben habe, die so nicht bewusst rankommen wird. Und wenn du dich extrem gut, deswegen ist ja der Kontakt zum Lehrer so wichtig, wenn du dich gut verstehst, sagst du, ja klar, wenn der so üben will, vielleicht gibt er sie dir. Ist nicht sicher, aber Versuch ist auf jeden Fall wert. Drittens, die Übungen im Buch. Das sehe ich auch, wird extrem oft vernachlässigt. Beispielsweise in Unterrichtsfächern, wo das Buch gar nicht so oft verwendet wird, dann vergisst man das einfach und man hat irgendwo in so einem Regal liegen und guckt es sich niemals an. Aber selbst wenn das Buch nie im Unterricht verwendet wird, kann es auch super wertvoll sein, die Übungen daraus zu machen. Wir hatten in Mathe immer so richtig geile Übungsseiten, all diese Sachen. Nutz das, nutz das, nutz das. Vor allem im Buch ist es auch oftmal nochmal auf verschiedenen Schwierigkeits-Ebenen, nochmal ein bisschen anders als dein Lehrer es macht. Das heißt, selbst wenn du die Hausaufgaben oder andere Übungsplätze, die der Lehrer dir ohnehin schon ausgeteilt hast, wenn du es nochmal im Buch auch machst, ist es alles nochmal auf eine andere Art und Weise. Das heißt, du wirst nochmal richtig gechallengt, den Job noch besser zu verstehen. Viertens, Internet oder selbst. Das bedeutet, du kannst natürlich dir selbst Sachen stellen, du kannst auch ein... Ist auch super wertvoll, weil sich selbst... Ist so wertvoll. Überleg dir mal selbst Aufgaben. Du musst es nicht mal bearbeiten, aber einfach nur mal in den Kopf des Lehrers reinschauen. Super wertvoll. Du kannst dich auch in Lerngruppen anderen Leuten was stellen und sie stellen dir Sachen. Oder du suchst natürlich im Internet danach. Alles geile Möglichkeiten. Such, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach nur, findet einen Weg. Habt nicht die ganze Zeit diese Ausrede von, oh, ich kann doch nichts finden, findet einen Weg und ihr werdet fündig werden. So, und jetzt die richtig, 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 richtig geile Ankündigung. Und zwar haben wir nur für euch, für die Abiturathleten, eine App entwickelt, die genau dieses Problem löst. Die App heißt ExamShare. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt könnt ihr es sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. So sieht die App aus. Was ihr nämlich bei ExamShare machen könnt, ist mega geil. Ihr habt einfach nur ganz simple Kategorien. Hier Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, sonstiges. Das sind die vier Kategorien. Super einfach. Hast du bei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Bio und so weiter. Super simpel. Und dann kannst du beispielsweise einfach auf Physik klicken und dann können da andere Leute und vor allem du natürlich, eure Klausuren, die ihr rausbekommen habt, Hochladen, Zusammenfassungen, whatever. Die können dann alle nutzen und werden von Leuten bewertet. Und je nach Bewertung ist dann eben die beste Klausur zum jeweiligen Fach ganz weit oben. Deswegen habe ich jetzt eine ganz, ganz große Bitte an euch. Ladet euch bitte ExamShare runter. Das hat Jonas bei uns aus dem Team nur für euch entwickelt. Die App ist zu 100% kostenlos. Kennt sonst auch noch niemand. Das heißt, das ist wirklich nur für euch. In unserem geliebten Orangenen Design, wenn ihr euch ein Profil erstellt, was ihr unbedingt machen solltet, steht hier meine Rolle, Abiturdate. Also es ist wirklich nur für euch. Und das Wichtige ist, dass wir als Community, dass ihr euch einfach mal die Zeit nehmt und euch hinsetzt, einfach mal eure ganzen Sachen. Ihr müsst einfach nur abfotografieren und hochladen. Das heißt, ihr gebt mal eure Sachen durch, was ihr bisher aufgeschrieben habt, ladet das Ganze hoch und dann können wir die App nämlich auch immer weiter verbessern. Und du kannst natürlich vor allem dann auch alles andere nutzen, was die anderen hochgeladen haben. Da ist aber halt einfach nur wichtig, dass du eben nicht nur nimmst, sondern auch gibst. Das heißt, nimm dir die Zeit, lad alle Sachen hoch, die du sinnvoll als zur Verfügung stellen kannst. Und dann kannst du durchschauen, was die anderen alle auch für dich hochgeladen haben. Und das ist mega, mega geil. Wie gesagt, die App ist quasi Teil von uns. Das heißt, wir können sie immer weiter mit eurem Feedback entwickeln. Schreibt mir die gerne auch in die Kommentare. Schreibt mir das bei Instagram. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung zur App. Holt sie euch. Und ja, mega, mega geil. Ich bin sehr happy. Wir haben einfach eine eigene Abiturdaten-App. Wie geil ist das denn bitte? In diesem Sinne, denkt dran. Ich glaube immer nicht. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.